Und, die werden immer tot da, die Tauben. Wir haben den zweiten Teil. Wir machen jetzt mal eine reine Schreibübung mit Buchstaben. Ich habe das wie folgt hingeschrieben, auch minus 3 mal b hoch minus 2 steht hier oben drauf. Der Rest müsste erkennbar sein. Jetzt nehme ich mal lieber den Trick, damit ich nämlich sofort kürzen kann, dass ich sage, bevor ich hier anfange mir einen abzurechnen, auch minus 3, minus 6, das müsste auch minus 9 ergeben. Und so weiter. Da macht man es wie folgt. Man sagt einfach, man schreibt diese auch minus 3 unter den Buchstaben. Das hier steht jetzt hier. b hoch minus 2 steht jetzt hier als b hoch 2. Dann ist natürlich das minus weg. Und jetzt wird eisekalt gekürzt. Machen wir das mal. Und zwar auch ruhig mit Potenzen kürzen. Wir gucken uns mal c hoch 7 und c hoch 4 an. Schwupp, hier bleibt nur eins stehen und hier ein c hoch 3. Nicht einfach hier oben die Exponenten wegstreichen, das kann furchtbar ins Auge gehen später. So, jetzt gucken wir uns a hoch 4 und was haben wir hier? a hoch 6 und a hoch 3. Da ist ja logisch, dass wir uns das schnappen. a hoch 4 und a hoch 3 geht leichter. Warum? Weil ich dann kein Minus erstmal erwarten muss. a hoch 4 durch a hoch 4 ist 1. Äh, durch a hoch 3 ist... Entschuldigung, jetzt habe ich gepennt. a hoch 4 minus 3 ist a hoch 1. Also, ich teile durch a mal a mal a, habe ich hier eine 1 stehen und hier habe ich noch ein a stehen. Nicht bloß oben den Exponenten wegstreichen, das ist schweinegefährlich. Wir gucken uns schnell mal die bs an. Da habe ich hier, äh, ein b hoch 6 und hier habe ich ein b hoch, äh, 9. Das ist ungünstig. Aber hier geht es günstiger. Durch b hoch 2 kürzen ist 1 und b hoch 4. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an und sagen, und das ist auch wieder mein typischer Tipp, lieber eine Zeile mehr schreiben, als dass man ein falsches Ergebnis hat. Hier schnappen wir uns also diesen rechten Bereich, schreiben den nochmal schnell sauber ab. Hier steht a mal b hoch 4 mal c hoch 3. Oh, die 3 ist nicht schön. c hoch 3 und das alles teilen wir noch durch. Die 1en können wir uns schenken. a hoch 6, b hoch 9. a hoch 6 mal b hoch 9. Jetzt kann man ganz locker bleiben und kann sagen, okay, hier könnte ich zwar drin rumkürzen, aber das kann ich mit Potenzgesetzen besser erledigen. Das c hoch 3, das bleibt wahrscheinlich ganz ungeküsst. Das ist übrig jetzt. Da wird, denn hier unten drunter steht nichts in unserem Bruchstrich. Und hier mache ich a hoch 1 minus 6 ist a hoch minus 5. Und aus b hoch 4 durch b hoch 9 mache ich b hoch minus 5. Und dann ist der Term damit so kurz wie möglich geschrieben. Fragen? Ja, man hätte das ganze Ding auch so hinschreiben können als c hoch 3. Das steht oben auf dem Bruchstrich und jetzt kommen die Minusse zur Geltung a hoch 5 und b hoch 5. Man spricht das auch so als c hoch 3 durch a hoch 5 und weil das b hoch 5 auch unten drunter steht. Nochmal ausführlich. c hoch 3 durch a hoch 5 und b hoch 5. Das geht auch. Gibt noch eine Frage? Genau. Und das ist ein Weg. Es gibt hier viele Wege wie beim Kürzen überhaupt oder bei solchen großen Brüchen. Man kann auch diese Aufgabe hier oben wie folgt rechnen, dass man sagt, ich fasse erstmal oben alles zusammen. Machen wir das mal. a hoch minus 3 mal a hoch 4 ist a hoch minus ist a hoch 1. Dann werden die weg hier. Ich mache mal gelb durchgestrichen. Dann ist das erledigt. Jetzt schnappe ich mir die bs und sage, gut, b hoch minus 2 und b hoch 6. Bleibt b hoch 4 übrig. Dann habe ich die weg. Und das c hoch 7 schreibe ich nochmal hin. Teile dann durch c hoch 4. a hoch 6 und b hoch 9. Und arbeite mir ich dann so vor. Es gibt viele Wege. Ich habe extra mal diesen gezeigt mit dem Hoch- und Runterschubsen und Umschreiben. Funktioniert genauso. Wenn ich mir das nämlich angucke, wird das auch hier unten noch ein a hoch 5 übrig bleiben. Wenn man hier kürzt. Wenn ich hier sage, ich kürze durch a ist es 1. Durch a ist es a hoch 5. Wenn ich die c's mir noch erledige, sage ich durch c hoch 4 teilen. Dann bleibt hier c hoch 3. Und die bs, dann sehe ich hier durch b hoch 4 gekürzt, bleibt hier ein b hoch 5 unterm Bruchstrich. Gucken wir es uns nochmal an. Was bleibt oben übrig? Das. Und unten bleibt das. Und das übrig. Also ergibt das das gleiche wie hier oben. Beziehungsweise so. Schön. Wir müssen nochmal ganz kurz, damit wir dieses Ding hier auch abschließen können, müssen wir nochmal auf Brüche eingehen. Beispiel. Es steht da 2 Drittel in Klammern hoch 3. Dann bedeutet das ja 2 Drittel mal 2 Drittel mal 2 Drittel. Bis dahin nichts besonderes. Bedeutet aber 2 mal 2 mal 2 durch 3 mal 3 mal 3. Ausführlich bedeutet das 2 mal 2 mal 2 durch 3 mal 3 mal 3. Wie kann man diese Terme hier oben und unten zusammenfassen? Als 2 hoch 3 durch 3 hoch 3. Logisch? Also bedeutet ein Bruch in Klammern hoch irgendwas, nehmen wir mal 5, genauso das gleiche wie 2 hoch 5 durch 3 hoch 5. In diesem Fall. Wie dieser Bruch praktisch aufgesplittet und einzeln potenziert. Logisch? Gut. Wenn das so ist, dann können wir auch folgendes ganz leicht ausrechnen. Dann können wir nämlich später noch ein bisschen schönere Rechnungen machen. Wenn das so sein sollte, können wir auch sagen, 7,49 in Klammern hoch 4. Rechnet das mal bitte aus. Klar. Bevor man sich hier einen Wolf rechnet, sagt 7 mal 7 mal 7 mal 7. Und 49 mal 49 mal 9. Da wird man noch wahnsinnig. Na und? Jetzt haben sie es rausgefunden, die Schüler, und haben gesagt, das ist doch 1,7 hoch 4. Und einmal 1,2,1, das ist klar. 1 hoch 4 bleibt 1. Und hier unten drunter steht 7 hoch 4. Und 7 hoch 4 wollte ich noch ausgerechnet haben. 49 mal 49. Was kam raus? 49 mal 49. 7 hoch 4. Ja, ja, 50 mal 50 ist 2.500, also ist das Ergebnis richtig. Das ist 1,2.400 Eintel. Gut. Ja. Setzen wir noch einen drauf. Ähm. 625, äh, 625 hoch 1,5. Ja, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ja, bis dahin sind wir klar gekommen. Das ist gekürzt. Hier gibt es eine 25 und hier gibt es eine 1. Das ist 25 hoch 1,5. Ja, ja, das weiß ich auch. Aber wie kann ich das wieder auftriseln? Jetzt macht euch mal Gedanken. Überlegt mal, ob man die 25 auch anders darstellen kann. Mit allen Erkenntnissen, die wir hier gewonnen haben. Mit allen Ideen. Ja, hier kommen sehr schöne Ideen. Wenn ich jetzt die Potenzgesetze anwende, dann lerne ich nebenbei das Wurzelziehen. Das ist 5 hoch 1,5 mal 5 hoch 1,5. Resultieren 5 mal 5 ist 25. Also ich kann auch schreiben 5 mal 5. Und den ganzen Quatsch hoch 1,5. Das kann ich auch so schreiben. Genau, 5 hoch 1,5 mal 5 hoch 1,5. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt das erste Potenzgesetz. Ja, das ist 5 hoch 1,5. Wie bitte? 1,5 ist 1,5. Plus. Also? 5 hoch 1, ganz genau. Mit anderen Worten, das ist 5. Ähm. Machen wir noch eine Übung. 36 hoch 1,5. Macht man das gleiche wie eben. Ist klar, das ist 6 hoch 1,5 mal 6 hoch 1,5. Und 1,5 mal, äh, plus 1,5 ist 1. Also, das muss 6 sein. Das heißt mit anderen Worten, nee, 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 nee. Äh, jetzt nicht. Das heißt mit anderen Worten, was bedeutet hoch 1,5? Ganz genau. Das ist nichts weiter hoch 1,5. Ich könnte es auch so schreiben. Das ist die Wurzel aus 36, und zwar die zweite. Wir kennen eigentlich nur die zweite Wurzel aus 36. Demzufolge müsste 125 hoch 1,5. Nichts weiter sein, als die dritte Wurzel aus 125. Aber das können wir mit Bordmitteln erledigen. Wenn wir das in Primfaktoren aufteilen, ist das 5 mal 5 mal 5. Und jedes Mal hoch 1,5, hoch 1,5, hoch 1,5. Und demzufolge ist es 5. Ganz genau. Und damit haben wir das Thema durch. Ein freundliches... Ich schließe dieses Video auch ab.